Alle Menschen sind frei und gleich an Hürde und Rechten geboren. Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit. Freiheit der Person. Niemand darf in Sklaverei oder Leib Eigenschaft erhalten werden. Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher, erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen. Niemand darf in Sklaverei oder Leiden. Niemand darf in Sklaverei oder Leiden. Amen. Vielen Dank.